Heute das Thema Video, das Grundig-Thema. Seit Jahren ist Grundig die meistgekaufte Videomarke Deutschlands. Ein riesiger Vertrauensbeweis für den einzigen deutschen Videohersteller, der so etwas kann. Also Video selbst entwickelt und selbst produziert. Das ist Grundig Video made in Germany. Qualität, nicht wahr Felix? Und eine Menge beispielhafter Ideen. Programmieren zum Beispiel, ein Kinderspiel. Einfach Datum und Uhrzeit eintippen. Oder die Spielzeitanzeige auf Stunde und Minute genau. Und ganz wichtig für die Zukunft, alle Grundig-Rekorder sind fit fürs Kabelfernsehen, ohne Nachrüsten. Und bei Grundig Video gibt es für jeden den richtigen Rekorder. Video 2000 mit großartigen Vorteilen. Zum Beispiel lupenreines Bild in allen Funktionen. Der Hauptvorteil aber die Spielzeit. Bis zu 16 Stunden auf einer Kassette. Ideal für alle, die viel aufzeichnen und kühl rechnen. Und jetzt VHS von Grundig mit VHS-Weltneuheiten wie Dialogcomputer und Spielzeitanzeige. Das elektronische Zahlenschloss. Zum Sperren des Rekorders. Warum? Damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. Über all das staunt die Fachwelt. In England wurde er Rekorder des Jahres. Grundig setzt Maßstäbe. Ein Traum in VHS heißt es bei uns. Diesen Traum können Sie sich erfüllen. In einem Fachgeschäft oder in einer Fachabteilung. Nur dort gibt es Grundig. Und die tollen Überraschungen im neuen Grundig Videoclub. Also dann, bis nächsten Montag. Tschüss. Hey, du musst mir einen Gefallen tun. Du musst ein Pächer sich einbringen. Warum gerade er? Nein, der ist für unser Vorhaben total unbrauchbar. Lass dich durch nichts daran ändern. Was haben Sie mit ihm vor? Du sollst sofort runterkommen und er will holen dich runter. Den Kerl habe ich noch nie im Leben gesehen. Kommen Sie, wir gehen. Hey, nicht so schnell. Das ist Eigentum der Regierung. Aber als Murphy der Sache auf die Spur kam. Ist das alles auf Band? Ich habe jedes einzelne Wort. Also, diese Unterhaltung hat nicht stattgefunden. War es fast zu spät. Die Jagd hatte schon begonnen. Hol das Band! Na Felix, welcher Videorekorder soll es denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette. Der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner. Oder der neue VHS. Der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so. Beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt es Grundig und den Videoclub. Wiedersehen. Wie die Welt ist. Es kommt... Wie geht's? Wohl, wohl, wohl. Wohl, 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 wohl. Wohl, wohl, wohl... Wohl, 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 wohl... Wohl, 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 wohlw. Aufmerksamkeit! 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 Sol Use videos Also- Oh, Tom! R.C.: Das war's. Einen schönen Montag-Fernsehabend, liebe Zuschauer. Los geht's im Grundig-Teleshop. Thema Fernseher. Fernseher? Also meiner tut's noch. Glaube ich nur wie. Wieso? Wegen der technischen Revolution der letzten Jahre. Ja, da hab ich recht, was? Modernste Grundig-Technik, viel, viel bessere Bildqualität und noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel mehr vom Ton in Stereo. Und bei zwei Tonsendungen kann man wählen, synchron oder original. Stereo? Gut. Aber in Hi-Fi klingt's nochmal um Klassen besser. Zurück zum Fernsehen pur. Grundig bringt das grenzenlose Fernsehen. Denn dieses Gerät kann in fünf Normen empfangen. Und alles, was vom Band, über Satellit, durchs Kabel oder vom Sender kommen kann. Klar, ein solches Pioniergerät besteht auch sonst. Jeden Vergleich. Ganz aktuell? DM testete im September acht Fernsehspitzenmodelle. Eindeutige Sieger auf Platz 1. Der Monolith 66190 von Grundig. Mit großem Abstand hat er das beste Farbbild aller getesteten Marken. Klar an der Spitze auch in der Sonderwertung Videotext. Und gleich noch so ein Grundig-Knüller. Die neuen Portables im Monitor-Look. Echte Fernseher-Alleskönner. Eine neue Bildröhre mit besonderer Bildqualität. Direktanschluss für Videorekorder, Heimcomputer, Computerspiele. Über Adapter geeignet für Auto- und Bootsbatterie. Fit fürs Kabel, wie alle Grundig-Fernseher. Und bereit für Bildschirmtext. Ehrlich, haben Sie gewusst, dass Grundig-Fernseher so viel Neues bieten? Also, gründlich informieren. In einem Fachgeschäft oder in einer Fachabteilung. Nur dort gibt's Grundig. Was ist denn? Ah, viel Spaß mit dem neuen Grundig, Felix. Wünsche ich Ihnen auch. Vielleicht schon werden wir uns wiedersehen. Am nächsten Montag, ja? Also dann, tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Na Felix, welcher Videorekorder soll es denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette? Der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner? Oder der neue VHS? Der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist? So oder so, beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt's Grundig und im Videoclub. Wiedersehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Hallo, schönen Montagabend. Willkommen im Grundig-Teleshop. Heute Abend geht's um Hi-Fi. Und zu diesem Thema muss man wirklich mal was sagen. Nicht wahr, Felix? Viele tun so, als wäre Hi-Fi eine Wissenschaft. Und das käme aller Weisheit dieser Technik aus Fernost und USA. Höchste Zeit, dass die Hi-Fi-Träumer aufwachen. Ein Testergebnis der Stiftung Warentest vom August. Für viele eine Sensation. Im Test 18 Verstärker aus Europa, USA und Fernost. Ein klarer Sieger. Der einzige mit sehr gut. Und hier ist er, der absolute Testsieger. Der Verstärker V7200 von Grundig. Der ist das Herz dieser Anlage. Tuner T7200, Plattenspieler PS2600 und Grundig-Box 860. Alle von der Stiftung Warentest mit gut benotet. Warum gibt's solche Traumnoten für deutsche Geräte? Weil Grundig als die große Marke Hi-Fi-Technik selbst entwickelt und produziert. In Deutschland, sogar in Europa fast eine Rarität. Und hier die Traumnotenanlage in echt. Muss aber kein Traum bleiben. Ist nämlich traumhaft preiswert. So, und nun lade ich Sie ein zu einem Höhenflug in die einsame Hi-Fi-Spitzenklasse. Grundig-Serie 7500. Der CD-Player in Lasertechnik. Der Tuner, den Fachleute den Wundertuner nennen. Bis hin zu superstarken 250-Watt-Aktivboxen. Das sollten Sie sich anhören. In einem Fachgeschäft oder in einer Fachabteilung. Denn nur dort gibt's Grundig. Und dort können Sie aus über 50 Grundig-Bausteinen Ihre Traumanlage kombinieren. Das war's für heute. Sehen wir uns wieder im Grundig-Teleshop am nächsten Montag, ja? Dann tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Na Felix, welcher Videorekorder soll es denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette, der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner, oder der neue VHS, der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so, beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt es Grundig und den Videoclub. Wiedersehen. Untertitelung. Untertitelung. Na Felix, aufgemacht? Jetzt kommt der Grundig-Teleshop. Heute Radios, Rekorder und Radiorekorder. Und schon habe ich eine kleine Sensation. Den Sonoclock 1000. Zwar ein Uhrenradio, wie Sie es kennen, aber einzigartig sein Clou. Die Wetterstation zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wie es Wetter ist und wie es wird. Gibt es eben nur bei Grundig. Was sagt unser Wetterfrosch? Es wird ein schöner Tag. Na, wie wäre es mit einer Fahrt ins Blaue? Macht sicher mehr Spaß mit dem richtigen Autoradio. Ach, und das wünsche ich mir. Alles beleuchtet, nichts mehr mit nachts rumfummeln, bis man merkt, Mensch, war ja der falsche Knopf. Und was erst drin steckt, jede Menge Grundig-Technik. Dafür gab ihm die Fachzeitschrift Stereo-Play fünfmal sehr gut. Na, dann kann es ja losgehen. Mit unserer Fahrt ins Blaue. Hey, so war das nicht gemeint. Ja, natürlich, der Felix. Du bist aber ganz schön farbig. Wie die Grundig-Beatboys fürs Kassettenhören. Die Hitboys fürs Radio, die Radiorekorde für beides. Oh lala, Felix, Urlaubsreif. Hoppla, ich hab's doch gewusst. Ein Yachtboy. So was hat man dabei. Wiegt fast nichts, braucht kaum Platz. Und doch weiß man, wie's zu Hause steht. Stellen Sie sich vor. Urlaub in der Karibik und Bundesliga live. Und jetzt. Tippt die Welt an. Auf Kurzwelle mit Grundig-Satellit. Hier spricht Radio Peking. Hier spricht Radio Peking. Auf Wellenlänge mit der Welt. Ein irres Hobby. Für dich auch. Und was tun Sie? Auf Empfang gehen. Im Fachgeschäft. Oder in einer Fachabteilung. Nur dort gibt's Grundig. Also tschüss, bis nächsten Montag. Der Todesstern existiert nicht mehr. Aber die Geschichte von Luke, Han und der Prinzessin Lea geht weiter. Denn das Imperium schlägt zurück. Eine neue Schlacht im Krieg der Sterne. Fremde, feindliche Welten. Gut und Böse in unerbittlichem Kampf. Sehen Sie die neuen Abenteuer von Luke Skywalker, Prinzessin Lea, Han Solo, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2 und Chewbacca. In einer spektakulären neuen Episode vom Krieg der Sterne. Das Imperium schlägt zurück. Demnächst in Ihrer Galaxis. Na Felix, welcher Videorekorder soll es denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette. Der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner. Oder der neue VHS. Der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so. Beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt's Grundig und im Videoclub. Wiedersehen. 99 nights of the air, super high-tech jet fighters, everyone's a silver hero. Everyone's a Captain Kirk, with orders to identify, to clarify and classify, scrambling in the summer sky. 99 red balloons go by. 99 dreams I have had, everyone a red balloon. It's all over and I'm standing pretty. In this dust that was a city. I could find a souvenir. Just to prove the world was here. And here is a red balloon. I think of you and let it go. Na Felix, welcher Videorekorder soll's denn sein? Video 2x8 System 2000 mit 16 Stunden auf einer Kassette? Der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner? Oder der neue VHS? Der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so, beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt's Grundig und im Videoclub. Wiedersehen. Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin? Wenn die sich nur nicht verlaufen, was? Wo laufen Sie denn? Dann nehmen Sie endlich Ihr Opernglas, mein Gott. Ja, das muss einem ja gesagt werden. Wo laufen Sie denn, mein Gott? Bei mir ist alles dunkel. Was ist das? Ach, ich hab das Glasverkehr drum. Na, das kann ja passieren. Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn? Mein Gott, wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn? Ah! Hab ich einen Schreck gekriegt. Sie immer nur Ihr albernes Gesicht? Na ja, die müssen Sie da lang gucken. Was lotzen Sie denn auch nicht dauernd? Dann da sind doch die Pferde. Ach, da sind die Pferde? Ach so. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ach, ist der Rasen schön grün. Also, wissen Sie, seien Sie mir nicht böse, aber Sie sind ein selten dämlicher Hund, wie Sie sagen. Wer? Sie! Sie! Ich? Ja! Nehmen Sie das eventuell zurück? Wer? Sie! Ich? Ja! Nee! Na, dann ist die Sache für mich erleden. Hallo, hier sind wir wieder im Grundig-Teleshop. Heute das Thema Video, das Grundig-Thema. Seit Jahren ist Grundig die meistgekaufte Videomarke Deutschlands. Ein riesiger Vertrauensbeweis für den einzigen deutschen Videohersteller, der so etwas kann. Also Video selbst entwickelt und selbst produziert. Das ist Grundig Video made in Germany. Qualität, nicht wahr, Felix? Und eine Menge beispielhafter Ideen. Programmieren zum Beispiel, ein Kinderspiel. Einfach Datum und Uhrzeit eintippen. Oder die Spielzeitanzeige auf Stunde und Minute genau. Und ganz wichtig für die Zukunft, alle Grundig-Rekorder sind fit fürs Kabelfernsehen. Ohne Nachrüsten. Und bei Grundig Video gibt es für jeden den richtigen Rekorder. Video 2000 mit großartigen Vorteilen. Zum Beispiel lupenreines Bild. In allen Funktionen. Der Hauptvorteil aber, die Spielzeit. Bis zu 16 Stunden auf einer Kassette. Ideal für alle, die viel aufzeichnen und kühl rechnen. Und jetzt VHS. Von Grundig. Mit VHS-Weltneuheiten. Wie Dialogcomputer und Spielzeitanzeige. Das elektronische Zahlenschloss. Zum Sperren des Rekorders. Warum? Damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. Über all das staunt die Fachwelt. In England wurde er Rekorder des Jahres. Grundig setzt Maßstäbe. Ein Traum in VHS heißt es bei uns. Diesen Traum können Sie sich erfüllen. In einem Fachgeschäft oder in einer Fachabteilung. Nur dort gibt es Grundig. Und die tollen Überraschungen im neuen Grundig Videoclub. Also dann, bis nächsten Montag. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Na Felix, welcher Videorekorder soll es denn sein? Video 2x8 System 2000 mit 16 Stunden auf einer Kassette, der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner oder der neue VHS, der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so, beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt's Grundig und im Videoclub. Wiedersehen. Die Alley to her heart is a beating the track. She's got the love monkey riding on her back. You want love, I got it. Come on, girl. We all need the human touch. We all need the human touch. I need it. The human touch. We all need the human touch. We all need it. We all need the human touch. We all need it. It's a passionate thing. You shudder and shake, sink your teeth in my skin. I almost believe you were made to be played by my hand. You got the power. It amazes me still. Play play my emotions with consolation. Einen schönen Montag-Fernsehabend, liebe Zuschauer. Los geht's im Grundig-Teleshop. Thema Fernseher. Fernseher? Also meiner tut's noch. Glaube ich nur wie. Wieso? Wegen der technischen Revolution der letzten Jahre. Ja, da hab ich recht, was? Modernste Grundig-Technik, viel, viel bessere Bildqualität und noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel mehr vom Ton in Stereo. Und bei Zweitonsendungen kann man wählen, synchron oder original. Stereo? Gut. Aber in Hi-Fi klingt's nochmal um Klassen besser. Zurück zum Fernsehen pur. Grundig bringt das grenzenlose Fernsehen. Denn dieses Gerät kann in fünf Normen empfangen. Und alles, was vom Band, über Satellit, durchs Kabel oder vom Sender kommen kann. Klar, ein solches Pioniergerät besteht auch sonst. Jeden Vergleich. Ganz aktuell? DM testete im September acht Fernsehspitzenmodelle. Eindeutige Sieger auf Platz 1. Der Monolith 66190 von Grundig. Mit großem Abstand hatte er das beste Farbbild aller getesteten Marken. Klar an der Spitze auch in der Sonderwertung Videotext. Und gleich noch so ein Grundig-Knüller. Die neuen Portables im Monitor-Look. Echte Fernseher-Alleskönner. Eine neue Bildröhre mit besonderer Bildqualität. Direktanschluss für Videorekorder, Heimcomputer, Computerspiele. Über Adapter geeignet für Auto- und Bootsbatterie. Fit fürs Kabel, wie alle Grundig-Fernseher. Und bereit für Bildschirmtext. Ehrlich, haben Sie gewusst, dass Grundig-Fernseher so viel Neues bieten? Also, gründlich informieren. In einem Fachgeschäft oder in einer Fachabteilung. Nur dort gibt's Grundig. Was ist denn? Hey, ich bin näher, du. Ah, viel Spaß mit dem neuen Grundig-Felix. Wünsche ich Ihnen auch. Vielleicht schon, wenn wir uns wiedersehen. Am nächsten Montag, ja? Also dann, tschüss. Wünsche ich Ihnen auch. Some of them want to refuse you. Ooh, yeah. Some of them want to be of you. And I want you. And I want you. And I want you. So it's an obsession. And I want you. And I want you. And I want you. So it's an obsession. Jennifer, with your orange chair, Jennifer, with your green eyes, Jennifer, in your dress of deepest purple, Jennifer, where are you? And I want you to fly. And I want you to fly. Ich gebe Feuer zu Wasser. Es wird nicht mehr brennen. Außer in der Hand der Frau, die ich zu meiner Gemahlin erwählt habe. Ich nehme Feuer von Wasser und will es nur dem Mann geben, den ich zu meinem Ehemann erwählt habe. Nimm das Feuer aus meiner Hand. Die Schleyers, bewaffnet euch. Ich bleibe bei dir. Nein. Gibt es einen sicheren Weg aus dem Schloss? Einen unterirdischen Gang. Komm. Dirk. Dirk. Das war's. Dirk. 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 Na Felix, welcher Videorekorder soll es denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette, der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner, oder der neue VHS, der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so, beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt's Grundig und im Videoclub. Wiedersehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo, schönen Montagabend. Willkommen im Grundig-Teleshop. Heute Abend geht's um Hi-Fi. Und zu diesem Thema muss man wirklich mal was sagen. Nicht wahr, Felix? Viele tun so, als wäre Hi-Fi eine Wissenschaft. Und das käme aller Weisheit dieser Technik aus Fernost und USA. Höchste Zeit, dass die Hi-Fi-Träumer aufwachen. Ein Testergebnis der Stiftung Warentest vom August. Für viele eine Sensation. Im Test 18 Verstärker aus Europa, USA und Fernost. Ein klarer Sieger. Der einzige mit sehr gut. Und hier ist er, der absolute Testsieger. Der Verstärker V7200 von Grundig. Der ist das Herz dieser Anlage. Tuner T7200, Plattenspieler PS2600 und Grundig Box 860. Alle von der Stiftung Warentest mit gut benotet. Warum gibt's solche Traumnoten für deutsche Geräte? Weil Grundig als die große Marke Hi-Fi-Technik selbst entwickelt und produziert. In Deutschland, sogar in Europa fast eine Rarität. Und hier die Traumnotenanlage in echt. Muss aber kein Traum bleiben. Ist nämlich traumhaft preiswert. So, und nun lade ich Sie ein zu einem Höhenflug in die einsame Hi-Fi-Spitzenklasse. Grundig Serie 7500. Der CD-Player in Lasertechnik. Der Tuner, den Fachleute den Wundertuner nennen. Bis hin zu super starken 250 Watt Aktivboxen. Das sollten Sie sich anhören. In einem Fachgeschäft oder in einer Fachabteilung. Denn nur dort gibt's Grundig. Und dort können Sie aus über 50 Grundig-Bausteinen Ihre Traumanlage kombinieren. Das war's für heute. Sehen wir uns wieder im Grundig-Tele-Shop am nächsten Montag, ja? Dann tschüss. Das war's für heute. 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 Lieber Himmel, ich hatte ganz vergessen, wie sehr ich diese Raumfahrerei hasse. Da kommen sie. Die sind so schnell vorbei. Menschen wie du und ich im endlosen Universum. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Nein! In einem Raum ohne Grenzen, Rebellen und Liebende. Diese Station ist jetzt das absolute Machtinstrument im Universum. Ich möchte mitkommen nach Alderaan. Jetzt hält mich nichts mehr hier. Ich will mich mit der Macht vertraut machen und ein Jedi wie mein Vater werden. Mehr als ein Film, ein beispielloses Ereignis. Na Felix? Aufgemacht? Jetzt kommt der Grundig-Teleshop. Heute Radios, Rekorder und Radiorekorder. Und schon habe ich eine kleine Sensation. Den Sonoclock 1000. Zwar ein Uhrenradio, wie Sie es kennen, aber einzigartig sein Clou. Die Wetterstation. Zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Wie das Wetter ist und wie es wird. Gibt es eben nur bei Grundig. Was sagt unser Wetterforsch? Es wird ein schöner Tag. Na, wie wäre es mit einer Fahrt ins Blaue? Macht sicher mehr Spaß mit dem richtigen Autoradio. Ach, und das wünsche ich mir. Alles beleuchtet. Nichts mehr mit nachts rumfummeln, bis man merkt, Mensch, war ja der falsche Knopf. Und was erst drin steckt, jede Menge Grundig-Technik. Dafür gab ihm die Fachzeitschrift Stereo-Play fünfmal sehr gut. Na, dann kann es ja losgehen. Mit unserer Fahrt ins Blaue. Hey, so war das nicht gemein. Ja, natürlich, der Felix. Du bist aber ganz schön farbig. Wie die Grundig-Beatboys fürs Kassettenhören. Die Hitboys fürs Radio. Die Radiorekorde für beides. Oh la la, Felix, Urlaubsreif. Hoppla. Ich hab's doch gewusst. Ein Yachtboy. So was hat man dabei. Wiegt fast nichts, braucht kaum Platz. Und doch weiß man, wie's zu Hause steht. Stellen Sie sich vor. Urlaub in der Karibik und Bundesliga live. Und jetzt. Tippt die Welt an. Auf Kurzwelle mit Grundig-Satellit. Hier spricht Radio Peking. Hier spricht Radio Peking. Eine Menge mit der Welt. Ein irres Hobby. Für dich auch. Und was tun Sie? Auf Empfang gehen. Im Fachgeschäft. Oder in einer Fachabteilung. Nur dort gibt's Grundig. Also tschüss, bis nächsten Montag. Untertitelung. 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 Na Felix, welcher Videorekorder soll's denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette. Der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner. Oder der neue VHS. Der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so. Beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt's Grundig und im Videoclub. Wiedersehen. Sie ist das letzte Einhorn auf der Welt. Es muss das letzte Einhorn sein, denn es kommt zum Moly-Groh. Untertitelung. Untertitelung. Du bist noch da. Du bist hier geblieben. Es ist sanft und schön. Und es hat gewaltige Kräfte. Das letzte Einhorn. Hallo, hier sind wir wieder. Im Grundig Teleshop. Heute das Thema Video. Das Grundig-Thema. Seit Jahren ist Grundig die meistgekaufte Videomarke Deutschlands. Ein riesiger Vertrauensbeweis. Für den einzigen deutschen Videohersteller, der so etwas kann. Also Video selbst entwickelt und selbst produziert. Das ist Grundig Video made in Germany. Qualität, nicht wahr, Felix? Und eine Menge beispielhafter Ideen. Programmieren zum Beispiel. Ein Kinderspiel. Einfach Datum und Uhrzeit eintippen. Oder die Spielzeitanzeige. Auf Stunde und Minute genau. Und ganz wichtig für die Zukunft. Alle Grundig-Rekorder sind fit fürs Kabelfernsehen. Ohne Nachrüsten. Und bei Grundig Video gibt's für jeden den richtigen Rekorder. Video 2000. Mit großartigen Vorteilen. Zum Beispiel lupenreines Bild. In allen Funktionen. Der Hauptvorteil aber, die Spielzeit. Bis zu 16 Stunden auf einer Kassette. Ideal für alle, die viel aufzeichnen und kühl rechnen. Und jetzt VHS. Von Grundig. Mit VHS-Weltneuheiten. Wie Dialogcomputer und Spielzeitanzeige. Das elektronische Zahlenschloss. Zum Sperren des Rekorders. Warum? Damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. Über all das staunt die Fachwelt. In England wurde er Rekorder des Jahres. Grundig setzt Maßstäbe. Ein Traum in VHS heißt es bei uns. Diesen Traum können Sie sich erfüllen. In einem Fachgeschäft oder in einer Fachabteilung. Nur dort gibt's Grundig. Und die tollen Überraschungen im neuen Grundig Videoclub. Also dann, bis nächsten Montag. Tschüss. Was sind denn das für Manieren? Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen und hoffe, Sie haben einen angenehmen Flug in die Ewigkeit. Bemühen Sie sich nicht, Mr. Bonf. Sie werden ohne Anstrengung Ihr Ende finden. He, 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 he. Musik 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 Ich schenke Ihnen mein Haus in der Bond Street, wenn Sie mir mein Leben schenken. Bitte! Ganz ruhig, behalten Sie einen klaren Kopf. Mr. Bond, setzen Sie mich ab! Oh, Sie wollen abgesetzt werden. Mr. Bond! Na Felix, welcher Videorekorder soll es denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette. Der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner. Oder der neue VHS. Der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so, beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt's Grundig und im Videoclub. Wiedersehen! Einen schönen Montag-Fernsehabend, liebe Zuschauer. Los geht's im Grundig-Teleshop. Thema Fernseher. Fernseher? Also, meiner tut's noch. Glaube ich nur, wie? Wieso? Wegen der technischen Revolution der letzten Jahre. Ja, da hab ich recht, was? Modernste Grundig-Technik. Viel, viel bessere Bildqualität. Und noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel, mehr vom Ton in Stereo. Und bei Zweitonsendungen kann man wählen, synchron oder original. Stereo? Gut. Aber in Hi-Fi klingt's nochmal um Klassen besser. Zurück zum Fernsehen pur. Grundig bringt das grenzenlose Fernsehen. Denn dieses Gerät kann in fünf Normen empfangen. Und alles, was vom Band über Satellit, durchs Kabel oder vom Sender kommen kann. Klar, ein solches Pioniergerät besteht auch sonst. Jeden Vergleich. Ganz aktuell? DM testete im September acht Fernseh-Spitzen-Modelle. Eindeutige Sieger auf Platz eins. Der Monolith 66190 von Grundig. Mit großem Abstand hat er das beste Farbbild aller getesteten Marken. Klar an der Spitze auch in der Sonderwertung Videotext. Und gleich noch so ein Grundig-Knüller. Die neuen Portables im Monitor-Look. Echte Fernseher-Alleskönner. Eine neue Bildröhre mit besonderer Bildqualität. Direktanschluss für Videorekorder, Heimcomputer, Computerspiele. Über Adapter geeignet für Auto- und Bootsbatterie. Fit fürs Kabel, wie alle Grundig-Fernseher. Und bereit für Bildschirmtext. Ehrlich, haben Sie gewusst, dass Grundig-Fernseher so viel Neues bieten? Also, gründlich informieren. In einem Fachgeschäft oder in einer Fachabteilung. Nur dort gibt's Grundig. Was ist denn? Ich bin näher. Ah, viel Spaß mit dem neuen Grundig, Felix. Wünsche ich Ihnen auch. Vielleicht schon, wenn wir uns wiedersehen. Am nächsten Montag, ja? Also dann, tschüss. Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich hab euch etwas mitgebracht. Na Felix, welcher Videorekorder soll's denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette. Der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner. Oder der neue VHS. Der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so, beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt's Grundig und im Videoclub. Wiedersehen. Unschuldig! 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 équipiat Geh, Geh, Geh. Na Felix, welcher Videorekorder soll es denn sein? Video 2x8, System 2000, mit 16 Stunden auf einer Kassette, der Sparweltmeister, Idealrekorder für Vielaufzeichner oder der neue VHS, der erste mit elektronischem Zahlenschloss, damit Kinder nur sehen, was für Kinder ist. So oder so, beide sind von Grundig. Made in Germany. Nur im Fachgeschäft oder Fachabteilungen gibt es Grundig und im Videoclub. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ab übrigens. b